Speed Laser Lösen Sie die Lesebremse in Ihrem Kopf. Seien Sie schneller als die tägliche Informationsflut. Lesen Sie schon in wenigen Tagen doppelt so schnell wie im Moment. Mindestens. Ab jetzt wird für Sie sogar die allerschwerste Lesekost zum leichten Schnellimbiss. Mit dem fantastischen Schnelllesekurs Speed Laser lesen Sie deutlich schneller und behalten mehr. Geschäftskorrespondenz, Privatpost, bis zu 60 oder mehr geschäftliche E-Mails täglich, dazu Werbebriefe, Angebote, Fachzeitschriften, Fachartikel, Fachbücher. Ein Wahnsinn, was Sie täglich lesen sollen. Mal ehrlich, haben Sie von dieser Flut kapituliert? Dann nutzen Sie diesen fantastischen Schnelllesekursus. Verkürzen Sie Ihr tägliches Lesepensum um mindestens 50%. Alle 18 Monate verdoppelt sich das Wissen dieser Welt. Hätten Sie das gedacht? Und haben Sie schon mal überlegt, was das für Sie persönlich bedeutet? Wahrscheinlich kommen Sie heute schon mit dem Lesen Ihrer täglichen Pflichtlektüre nicht nach. Und dieses Problem wird sich in Zukunft verschärfen. Denn bleibt Ihnen noch zwei Möglichkeiten. Entweder Sie kapitulieren. Sie lesen einfach nicht mehr alles, was Sie eigentlich lesen wollen oder sollen. Sie laufen damit jedoch Gefahr, wichtige Informationen zu übersehen und nicht nutzen zu können. Gerade im Geschäftsleben kann das tödlich sein. Oder Sie wählen den besseren Weg. Lernen Sie schneller lesen, als die Informationsflut steigt. Mit Speedlaser entdecken Sie einen verblüffend leichten Weg beim Lesen, aufs Gaspedal zu drücken. Mit diesem PC-Kurs Speedlaser werden Sie Ihr Lesetempo mindestens verdoppeln. Gut möglich, dass Sie Ihr Lesetempo sogar noch drastischer steigern können. Installieren Sie den Speedlaser auf Ihrem PC und schon überwinden Sie die Lesetempo-Killer, die Sie noch aus der Schulzeit übernommen haben. Werden Sie Ihr Sichtfeld systematisch erweitern und trainieren. Sie profitieren dadurch auch abseits der Schnelllesen, zum Beispiel mehr Sicherheit beim Autofahren. Können Sie von Anfang an mit Ihren eigenen, selbstgewählten Texten das schnelle Lesen üben und damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Lernen Sie zuverlässige Methoden kennen, mit denen Sie das, was Sie gelesen haben, deutlich besser behalten als bisher. Holen Sie dank Ihrer neuen Schnelllesefähigkeit im Beruf und Privatleben Geldwerte Vorteile für sich heraus und vieles mehr. Lernen Sie, schneller zu lesen und widmen Sie sich dadurch schneller und intensiver jenen Aufgaben, auf die es im Leben wirklich ankommt. Lassen Sie sich nicht länger durch langsames Lesen ausbremsen. Entdecken Sie, wie viel Spaß es machen kann, Ihren Mitmenschen beim Lesen mit Leichtigkeit zu überholen. Und dabei auch noch deutlich mehr von dem zu behalten, was Sie gelesen haben. Schauen Sie einfach auf der www.erfolgsonline.de nach weiteren interessanten Infos. Machen Sie es gut, bleiben Sie stark, Ihr Wolfgang Grademacher. Dann gehen Sie, sehr gut, bleiben Sie für einen. Wir wollen Sie gewinnen. Also, ich kombiniert uns das, wenn Sie sich nicht mehr anschauen. Ich freue mich nicht. Und wir wollen Sie, wie viel Spaß damit stecken, dann können Sie auch noch bei mir selber versuchen, Und dann können Sie sich nicht mehr abzulegen. Ich freue mich, bis Sie uns, dass du dich zusammenhören. Und dann können Sie sich nicht mehrarbeiten. Vielen Dank.